Ja und da sind wir auch wieder bei der nächsten Folge von Armeo, dem Prolog. Wir reisen jetzt mit Amber durch die Gegend und bewältigen die Aufgabe des Hasen. In dieser Folge lernen wir Zauber kennen, natürlich auch noch weitere Schwendeleikarten und wie die Politik eigentlich so läuft in Armeo. Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mal. Verräter, Spione! Ich war zu lange nachsichtig. So vergelten es mir die Clans, die ich vereint habe. Ihr zwingt mich, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Und die Königin werden meine Regeln kennen. Das war jetzt gerade quasi Politik. Funktioniert dann gleich im eigentlichen Sinne aber noch ein bisschen anders. Jetzt sind wir am Zugang. Und wieder ein Brief. Lady Amber, wir grüßen euch, Erkunderin und wünschen euch wohl auf euren Reisen. Schweren Herzens bringen wir entsetzliche Nachrichten. Der König verschmäht den Rat des Hasenclans. Wir haben sein Gehör nicht mehr und das Reich leidet darunter. Wir bitten euch, die in ganz Armeo-Legendäre, euer Ansehen zu festigen und das Vertrauen des Königs wiederzuerlangen. Wir können diese Situation immer noch beruhigen, bevor sie sich zuspitzt. Ich weiß, dass ihr unbedingt auf Schatzsuche gehen wolltet. Aber es scheint, als ob diese Pläne warten müssten. Aber vielleicht haben wir Zeit, das eine oder andere Verlies zu suchen. Das ist ja eure Spezialität. Eure Heldenkraft wird in eurer Heldenansicht angezeigt. Im Prinzip hat, ich weiß gar nicht, ob Mercurio und Tane auch sowas haben können. Kann ich das nachgucken? Ja, haben sie. Also bei Tane ist es der Schwertmeister. Im Kampf verbrannte Schwertkarten durchbohren die Verteidigung des Gegners. Und bei Mercurio ist es, der Schurke stehlt ein Gold von Eigentümern der Siedlung, wenn ihr sie einnehmt. Und bei uns ist es halt der Grabräuber, höhere Chance bei Erkundung und Belohnung zu finden. Ihr erkundet einen Verlies, indem ihr euch darauf bewegt. Verliese sind voll mit Gefahren und Belohnungen. Wir werden unseren Einfluss stärken, indem wir nach Schätzen und Anhängern suchen. Und da lernen wir den letzten Wert auf dieser Seite des Blitgiums kennen. Das ist euer Geist. Er ist das Maß eurer Verbundenheit mit den magischen Energien von Armeo. Das ist eine Aufgabe für den Geist. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Ich habe es mal ein bisschen stehen lassen. Ein Bade. Eine Chance auf einen Schatz und vielleicht auf Gefahr. Ich bleibe vielleicht draußen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe gehört, dass hier eine seltsame alte Magie am Berg ist. Da sollte ich stehen. Andererseits habt ihr ja selbst so eine seltsame Magie. Das ist eine Magiekarte. Wird auf den Helden gespielt, plus zwei Geist bis zum Ende des nächsten Zuges und kostet drei Magie. Das ist ein Wert, den werden wir jetzt hier unten gleich wahrscheinlich dazu bekommen. Ja, da ist er. Das ist unser Magiewert. Für den können wir dann halt diese Karten bezahlen. Und zur Abenddämmerung kriegen wir unseren Magiewert aufgefüllt. Und unser Geist kontrolliert hat, wie weit wir die spielen können. Die hier geht jetzt zum Beispiel innerhalb von vier Kacheln. Ihr solltet eure Magie konzentrieren. Das wird euch bei der bevorstehenden Aufgabe helfen. Das heißt, wir sollen diese Karte offenspielen. Jetzt haben wir sechs Geist. Dann stratzen wir mal los. Wahrscheinlich kriegen wir eh nur Gold. Das ist der Erkundenmünzwurf. Er repräsentiert die Chance, besondere Belohnungen oder Gefahren zu finden. Ich habe es doch gesagt. Während ihr das Verlies durchsucht, zieht euch ein seltsames Licht an. Es ist die Baden, schwebend, in einer Blase fehlgeleiteter Magie geschlafend. 60 Prozent. Ja gut, 40 hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Ein schneller winkt mit der Hand und das Leuchten erlischt. Die Baden fällt und schlägt mit einem lauten, dumpfen Geräusch auf dem Boden auf. Sie wacht schnell auf, ja, das glaube ich. Und wir bekommen die Badenkarte. Der Bade ist logischerweise rekrutierbar. Das kostet wieder mal nichts. Plus eins ansehen, wen ihr einer Gefahr erfolgreich entkommt. Jede Abenddämmerung wird eure Magie auf euren Geist abgestimmt. Heißt ihr mehr Geist, desto mehr Magiepunkte. Aua, das tut mir jetzt. Oh, ein Overkill. Er hat seinen knappen geopfert. Mercurio hat das höchste Ansehen von allen Helden. Das macht ihn zum Ansehensanführer. Wenn ihr euch wieder Gehör beim König verschaffen wollt, müsst ihr Ansehen erlangen. Ich kenne einige Wege, wie ihr eure Namen zum Gespräch machen könnt. Das sind die drei Hauptdecks von Armeo. Ihr könnt aus jedem Deck Karten ziehen. Wie viele Karten können wir ziehen? Eine. Das Gegenständedeck beinhaltet Waffen, Rüstung, Werkzeuge und Verbrauchbares, um euch auf eurer Reise zu unterstützen. Das Schwindeleideck voll mit Fallen, Tricks und politischen Manövern ist das perfekte Deck, um eure Gegner zu bremsen und zum Unterminieren. Das Zauberdeck ist eure Quelle für mehr mächtige Offensive und defensive Zauberbuffs und Flüche. Der Verstand bestimmt die Anzahl der Karten, die ihr pro Runde ziehen könnt. Ist an dieser Stelle ein bisschen verwirrend. Der Verstandswert, wenn wir hier zum Beispiel schon Karten hatten. Das, was hier steht, mit von wegen wie viele Karten ihr pro Runde ziehen könnt, würde funktionieren, wenn wir keine Karten mehr hätten. Da wir noch drei Karten haben, können wir nur eine Karte ziehen. Jetzt würde ich sagen, wird stets auch nochmal eine Karte, um euren Stapel zu füllen. Das ist jetzt mal auf Schwindeleide. Wir können noch eine Siedlung erobern. Dann können wir ein bisschen Gold kriegen. So, und dann rüsten wir uns noch aus. So, jetzt nehmen wir das Politikfenster. Mal was wählt er ja. Verflucht schaut, Mercurio hat des Königs Gehör. Als Ansehensanführer kann er mitbestimmen, welche Gesetze der König durchsetzt. Wir brauchen mehr Ansehen als er, um die Ansehensführerschaft zu erlangen und die Position des Hasenclans erneut zu bestätigen. Andere Helden zu töten, Aufgaben abzuschließen und Schwindeleikarten zu spielen, sind zuverlässige Wege, um sich Ansehen zu verdienen. Das ist euer aktuelles Ansehen. König befiehlt seiner Wache zunächst in die Dichtung zu gehen und diese zu terrorisieren. Das hätte ich jetzt gerade vielleicht vorlesen sollen. Also, terrorisierte Siedlungen, ähm, hat man gerade gesehen, verlieren quasi ihre Zugehörigkeit. Und, ähm, sollten wir die jetzt befreien? Ja, sollten wir die jetzt befreien, würden wir quasi nicht nur Gold, sondern auch wirklich einen Ansehensbonus bekommen. Allerdings habe ich keinen Bedarf darauf, mich mit einer Königswache anzulegen. Da ist die Karte, die ich wollte. Jetzt müssen wir uns natürlich der Herausforderung stellen. Na, lösen wir aus, aber... Ärgerlich, es hat nicht funktioniert. Der greift mich jetzt an. Ah, verdammt! Ja, das ist das Problem. Es kann halt immer dumm laufen. Er hat noch drei gesunken, toll. In Ordnung, Amber. Jetzt, da ihr die Ansehensanführerin seid, müsst ihr es nur noch bis zur nächsten Morgendämmerung bleiben. Weil ich ganz genau weiß, dass der was Legendäres gekriegt hat. Können wir theoretisch auch noch spielen. Wo ist Tana? Ja, ne? Wir könnten es auch als Gefahr irgendwo platzieren. Hm, da haben wir sowieso noch ein Problem. Hm, 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 hm. So. Das sind zwei Gesetze, die der König dem Ansehensanführer zur Auswahl vorgelegt hat. Also wir haben einmal den Fäulechor. Der Fäulechor des Königs sinkt. Permanent minus ein Körper für alle Helden, Flüche und Königswachen im ganzen Königreich. Flüche, was das für Viecher sind, lernen wir übrigens in der nächsten Folge kennen. Nicht mehr in dieser, wenn ich mich recht entsinne. Lebenserhaltung. Der König und der Ansehensanführer erhalten durch einen Blutpack plus 1 Gesundheit. Das kann nicht derselbe weise König sein, der die Clans vereint und eine Generation lang friedlich regiert hat. Ich hätte nie gedacht, ich würde diesen Tag erleben. Es gibt nichts Schlimmeres als Wahnsinn. Wildnis, rette uns vor dem König. Ja, und damit haben wir quasi das dritte Kapitel des Prologs auch abgeschlossen. Wir haben jetzt im Groben die Zauber kennengelernt. Darauf werden wir im nächsten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr eingehen können. Und wir wissen jetzt, wie die Politik funktioniert. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf die Pilgerreise der Bärinnen auf. In Salas Geschichte lernt ihr euch gegen die Fäule zu verteidigen. Heißt, da kommen dann auch endlich die Flüche vor. Und ihr entdeckt die verschiedenen Wege, die zum Sieg führen. Wir werden vier Wege kennenlernen, wie man das Spiel quasi gewinnen kann. Quasi für einen Helden einen Weg. Und ich kann endlich mit meinem Lieblingscharakter mal wieder auf Reisen gehen. Denn ich spiele, um ehrlich zu sein, immer sehr gerne Sana. Auf jeden Fall hoffe ich, es war wieder mal hilfreich. Und ich war nicht zu eilig, weil das ging jetzt wirklich sehr schnell mit Amber. Normalerweise brauche ich da, okay, ab und an brauche ich da ein bisschen länger für. Aber das ist halt Tabletop. Nichts läuft so. Nicht mal, wenn es in gewissen Bahnen vorgescriptet ist, läuft es immer gleich. Und dementsprechend ging es dieses Mal schneller. Bei meinem letzten Aufnahmeversuch hiervon hat es länger gedauert. Auf jeden Fall hoffe ich, es war hilfreich. Auf jeden Fall, dass ihr euch irgendwie neue Sachen ins Gedächtnis rufen wolltet. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir mit Sana aufreisen gehen. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.